Die Prinzessin soll sich an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel stecken und tot hinfallen. Bravo, bravo. Du Amme, sag mal, stimmt das, dass ich jetzt wirklich bald heiraten muss? Du, ich hab gehört, es kommen ein Haufen Prinzen zur Geburtstagsfeier, die alle mich zur Frau begeben. So frag dich doch, mein Kind. Alle Prinzessinnen heiraten im 15. Jahrhundert. Oh nein, ich will doch nicht heiraten, weil ich 15 werde. Außerdem bin ich noch nicht alt genug. Ich möchte gratulieren. Ich hab ein hübsches Geschenk für dich. Augenblick. Aber Vorsicht, sie ist recht spitz, dass du dich nicht verletzt. Buh! Nun ist's geschehen! Nun ist's um dich geschehen! Von nun ab bist du tot! Vergiss nicht, Schwesterherz, was ich zur Taufe des lieben Kindes schwur. Nicht tot soll das Mädchen sein, sondern in einem tiefen Schlaf fallen. Hundert Jahre soll das Schläfchen dauern, keine Stunde länger, bis das ein Mann, der dich wahrhaftig liebt, erwecket und erlöset. Hallo! Ist da wer? Wer bist du? Und was willst du? Guten Tag, schöne Frau. Schönen Tag, gute Frau. Ich bin Prinz Udo von Lindenfels. Ich bin hierher gekommen, weil ich auf der Suche nach Solböschen bin. Ich habe sie im Traum gesehen und mich in sie verliebt. Jetzt will ich sie befreien und dann heiraten. Die großen Hecke, stark und alt, öffne dich nun einen Spanchen, denn wie alle Kinder wissen, in sie werden sollen. Die kleine Beast helpen sie uns gut nachdem. Wo sind sie denn hier in den Sim Una Unwesieckigkeit? Wo sind die nichts mês Campaign? Vielen Dank. Vielen Dank.